Eine etwas kompliziertere Smoke, wenn man von LST zum Beispiel von Cat in CT spawn droppen möchte und dann die Gegner über den Bereich angreifen möchte, also über Rampe geht, kann man für eine Taktik nehmen, zwei Mann gehen hier lang, zwei Mann gehen da lang zum Beispiel und dann hat man die in der Klemme und kann auch noch lange. Sofort angreifen, in die Ecke stellen, komplett rein und dann muss das obere Ende der Smokegranate diesen Türrahmen fast berühren, also nicht genau, sondern nur fast und einfach werfen, er hittet die Skybox und dann bla bla bla, landet hier, man sieht absolut nichts mehr. Aus dem Bereich, deswegen entweder man pusht durch die Smoke, muss man nach hinten schauen, wenn zwei Mann gehen, einer guckt nach vorne, einer nach hinten, kann man das leicht abdecken. Ja, oder von B oder der Rampe zu B kann man auch nichts mehr treffen.